So, hallo meine Freunde, wie geht es euch denn heute? Also, ich komme schon zur Sache, muss ich schon sagen. Auf jeden Fall, ich komme zur Sache jetzt. Also, ja, jetzt wird nur noch ein Video kommen, nehme ich mein Outfit pro Tag und das werde ich da hochladen und sonst wird den Scheiß ganzen Tag nichts kommen. Ja, voraussichtlich jetzt momentan einmal voraussichtlich, was anderes im Nachhinein noch passieren wird, weiß ich nicht. Aber das wird einmal so auf euch zukommen pro Tag, dieses Video. Alles andere, was ich ankündigen muss, natürlich kommt das natürlich mit diesem Kanal auch veröffentlicht. Ist schon klar. Also, dann würde ich sagen... Ciao! Pff!